habe und es geht mal wieder hier ein rote bienen ja er hat schon zwei folgen abgetreten und machen wir einfach mal weiter mit den kleinen bienchen mit der biene und der blume mal gucken was uns heute die bienen sagen oder wie weit kommen dann ist es eine halbe stunde weil ich versuche es mal anders auf die halbe stunde zu drehen bringt viele vorteile ja und deswegen legen wir los bienen was da kann ich jetzt keine cheats so ok dann machen wir mal los die arbeiten alle keine hier das ist cool der blubber die laba vorsicht ok so ok prüfen wir nochmal die bücher was ist hier zu tun oh eine bühne hm ein bühne bühne ok hm was glaubt ihr warum diese beiden karte dann abgebildet sind ja wir können nur eins in eins zusammenzählen ok 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 ja ja wir können nur eins in eins also die sachen nehmen ok 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 ich verstehe doch ist das bescheuert da greift doch irgendwie eins ins andere irgendwie ein ok ich brauche Energie ok 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 also ok ich will voll vor 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 15 Das ist gut. Die Lichtintensität nimmt ab. Fuck. Ich lasse jetzt natürlich eine Sekunde Energie jetzt weg. Hm. Das hat der Reinkriegenheit. Ich kann vielleicht noch etwas weiter machen. Ah ja, das geht nicht. Ach, das ist nicht gut. Das können wir schon mal machen. Das ist schön. Ja. 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 ...dass jetzt die Lasten ist ja in der Giebzelle hier. Muss das Kabel irgendwo hier lang leben? Und dann guck mal, ob es auch irgendwie schon... Ein Earth-Patek! Und... das ist der Wissen. Hm, na gut. Okay, ähm... Machen wir jetzt mal weiter. Oh! Ah! Ah! Das kann ich auch für, äh, ne? Benutzen. Second, nine, second, six... Ist das halt rein? Ja, richtig. Okay, 32 Paum. Brauch ich auch viel. Wollen wir mal. Ah, Bäume. Apropos Bäume. Ich brauche das mal hier hin. Bom 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 bom. Ich wollte die Apple Pies haben, aber irgendwie... Appelbäumchen... Bäumchen... Und zum... Würfen wachsen wir hier gar nicht. Aber Betrug hier. Ich bin da oben. Ich bin da oben. Ich bin da oben. Ach, da oben. Ach, da oben. Ich bin da oben. Ich bin da oben. Ich bin da oben. Ich hab's schon als nächste Bandstück, wenn ich das kenne. Sehr gut. Alles was da da? Ah! Super! Lamp ist es! Oh! Ein nächstes Bond! Ja! Was für ein Apfel. Für uns fällt jetzt gleich... ...Snapping! Okay. Ich muss das jetzt reichen, ne? Ja, reicht. Katsache. Kein Problem. JA! Cool, ein Pümper. Ein Pümper-Salat. Ja. Und ich hebe ihn mal auf. Ach. Ja, ich muss es einfach... Ja, das ist ande. Da ist ein Pümper, ist es ein Pümper. Da wir Lavazugang haben, kann ich eigentlich auch schon meine Monstern-Farmen bauen. Ein Glas haben wir auch. Hä. So, okay. Vielleicht besser haben wir hier hingeschoben. Ich bin okay, ich bin gut weitergekommen. Ich bin gut. 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 Das bringt Leistung. Schön. Wow. Der Tenepuffe läuft voll. Ich übe das Ding. Ich übe. Da geht was. Der ist schnell. Der Tenepuffe hat eine Aufnahmekapazität. Alles ist schon reingeflossen. Guck an. Okay. Advanced Nutatron. Mmmh, Advanced. Nice and delicious. Nicely. Ich habe auf jeden Fall mehr Energie. Ich glaube, wir müssen das Flugsdukt ersetzen. Durch das Hochgeschwindigkeitsdukt. Oh oh, hier ist ein bisschen eng. Da müssen wir noch ein bisschen aufs nachsetzen. Das geht wirklich. Das machen wir so eine subtile Art von Weißen. Subtil. Der ist immer subtil. Und der Treibnis ist da. Ah. Okay. 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 Bis zum nächsten Mal. Ich muss noch mal ein bisschen schlafen. So, ich habe es hier. Zack! Dann geht das jetzt sehr, sehr schnell auf. Das kriegt 8000 so das... Maximum. Der Internet-Profer 16 Millionen ist das geil. Das fetzt, das ist cool. Und das Ding kommt hier wieder draufgesetzt. Das Ding ist voll Pull. Das sind wir nicht ganz... Wahnsinn, das ist ja eine Geschwindigkeit hier. Ding! So, es muss noch dieses Teil aufgeladen werden. Das ist ein ganz einfacher Tisch. Und zwar so. Das Ding ist 16 Millionen. Das Ding ist 2 Millionen. 8 Mal mehr. 16 Mal mehr. Gut. Ähm, während wir kurz das zugucken, wie es geht, bin ich gleich wieder da. Ich habe solche Tüfe. Gäst du die Tüfe? Ja, ich habe solche Tüfe. Ich habe solche Tüfe. Und wieder da. Oh, guck mal, das ist eine Apple. Haha, 3 Apple! Okay. So, ich habe mal neue Denkzeuge. Ich kann das reparieren, ne? Das ist natürlich nice. Okay. Das ist doch noch das Auto. Das ist ein Küchlein. So, da kann ich einen Küchlein bauen. So, da kann ich einen Küchlein bauen. Ich, der will, dass ich die... Der will, dass ich das Opfer... Ich bin gerade mal zum Vertrauen auf einen Schmuck. Ich muss es wahrscheinlich um kein Side-Up zu machen. Ich habe gestoppt. Und ich habe gestoppt. Und ich habe gestoppt. Und ich habe gestoppt. Ich habe gestoppt. Gibt's bestimmt aus. Tatsache. Ich muss die schöne Maschine jetzt wieder opfern. Oder? Was haben wir hier? Oh ja! Oh, die ist weg. So, okay. Das ist die Laser-Manufakturum. Oh, Quartz. Oh, Productions-Upgrade? Lifespan-Upgrade? Kuchen-Prinzessin-Stanum-Prinzessin. Kuchen-Stanum-Prinzessin. Kuchen-Stanum-Prinzessin. Kuchen-Stanum-Prinzessin-Stanum-Prinzessin. Kuchen-Stanum-Prinzessin. 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 Kuchen-Stanum-Prinzessin-Stanum-Prinzessin-Stanum-Prinzessin. Sopotania. Stor. für die Buidin. Stor. Das sind also die Bienen, die ich bekommen darf, um meine Bienen selbst nochmal aufzufrischen und nur zu buiden. Ah, okay, okay. So, ich lasse hierhin zwei in Spangen und krieg's hierhin zwei. Ah, gut. Back to the basics. Ich muss sie opfern, weil das hier, extrem geil man, na gut, opfern wir es, sind uns in der AG reingestoppt, super. Oh, schein, wenn wir drauf scheinen. Oh, schein. Arrr. Arrr. Mach mich da nochmal. Oh, ich gleich den. Da. Level Null. Puffer. 500. Achso. Ist das auch schön voll? Nice. Oh, schön, interner Puffer ist auch noch voll. Oh, ist er. Ah, da wird kopiert. Okay, okay. Das ist eine Marktverarschung allerhöchster Güte. Ich brauche die Tour, ne? Genedecktherm. Okay. Ah, verdillte C4. Das ist gut. Was ist das? Can't be added. Okay, Arschlecken. Warte geht's. Can't be added. Can't be added. Oh, what I'm saying. Can't be added. Ich muss kurz das prüfen, das geht aber auch. ME gibt's. Grunderzsitz, klar. In der Mott. Für die Bienen, Bienen, Bienen. Baumwürdig, oh shit. Wolle. Wolle. Ich finde es ein Stein. Wolle, ich finde es ein Stein. Schön. Wie schön. Eintracht. Deletitier ist viel. Oh nein. 300 Weile Kisten. Ich glaube, wir müssen Schwabenland sagen, weil wir gestern. Schreck. Einfach mal schrecklich. Wolle. 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 Anwar S 균. Wolle. Weife. Wolle. Осso. Charlie pitches dir mal Summung. War super sehr ein Reichen. So. hat sie verbraucht? Nee Okay Hier was verbraucht Ist halt Wasser verbraucht Ja gut Boah Nö, das mach ich nicht Komm ich halt mit auf das Das ist ja... das ist ja Arsch Und wenn ich's auch schluss Backen wir's So ist es besser Das ist ja dumm Okay, also Wie ich schnell öffnen Wir müssen langsam Leute anfangen die Dinger mal zu bauen Na der Ante Das weiß ich nicht so Ich 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 Der hat einen Fehler gemacht. Ich versuche es mal. Ich nehme die klassische Drohne. Die hier. Ich schiebe auch das an der Variante. Ich habe keine Variante. Ich habe die klassischen Biele. Sie brauchen eine Flower. Die beiden brauchen eine Standard-Flauer. Kein Problem. Ich glaube schon. Eine aus. Dann brauchen wir bitte eine. 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 Okay. Dann brauchen wir bitte eine. 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 Okay. 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 Einde. Das soll ich irgendwie bei unseren Infinity-Modpack. So ordentlich stark rauskommen. Und Sie wird ja nichts. Die Tiere fliegen so richtig aggressiv rum. Die kleinen Bienchen. Die Sumsen. Die laufen schön voll. Super. Geht jetzt also für die Nacht auch genügend zur Verfügung? Die kleinen Sumsen-Sumsen! Jetzt schon jetzt die Falle bauen. Die Mob fahren. Jetzt gehen wir da raus. Bei uns kriegen wir das. Äh, diverse Shits. Ähm... Mensch, wir haben ein bisschen los. Da kommt's auch raus. Jetzt ist alle ab, ehrlich zu dem Film. Das ist richtig nice. Okay. Oh man, das ist so gut. Bine, Bine! Oh! So gut. Entnehmen. Ich glaube mal irgendwo was war wie das. Was ist das? Hm. Schon klar. Quatsch. 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 Challenge. Ach du meine Fresse. Okay. Da spielt mich eine Challenge auf. Und wir können schlafi-schlafi machen. Ich hab so, ich hab irgendwie ein ganz dummes Gefühl. Ich weiß nicht. Wir werden das wieder brauchen. Oh, wenn man drei Minuten erreicht. Das heißt, ein kleiner kurzer Cut. Das heißt, ein kleiner Cut.